Wir haben uns die Frage gestellt, wie die ideale Printversion eines Branchenverzeichnisses heutzutage aussehen könnte. Sie soll handlich sein, auf alle Bedürfnisse des täglichen Lebens eine Antwort bieten und lokale sowie überregionale Anbietervielfalt bereithalten. Zudem soll sie ihre Präsenz in ihrem regionalen Umkreis stärken, genau nach ihren individuellen Wünschen. MyLocal stellt Sie und Ihr Angebot in den Mittelpunkt. Sie entscheiden über die Reichweite Ihrer Werbebotschaft. Mit MyLocal ist alles möglich. Zielgenaue Anzeigenschaltung auch im Printbereich. Sie gewinnen mit Ihrer Anzeige in MyLocal eine noch höhere Reichweite. Zukünftig können Sie den Aktionsradius Ihrer Anzeige genauer steuern und Ihre Zielgruppe noch effizienter erreichen. Sichtbarkeit. Steigern Sie Ihren Erfolg durch eine bessere Platzierung online und mobil. Gleichzeitig können Sie auch die Inhalte Ihrer Anzeige ausweiten, um die Sichtbarkeit und damit den Erfolg Ihrer Werbung zu maximieren. Neuer Zuschnitt. Für insgesamt 159 Regionen in Nordbayern erscheint eine eigene geografisch optimierte Ausgabe. Durch einen kreisförmigen Zuschnitt findet der MyLocal Nutzer nur für ihn relevante Anbieter in seiner Umgebung. Ihr Vorteil Werbung ohne Streuverluste. Zielgerichtet und treffsicher. Regional. Die Vorspannseiten wurden mit interessanten Hintergründen zur Region angereichert und sprechen eine breite Zielgruppe an. Perfekte Voraussetzungen für Ihren Werbeerfolg. Mit MyLocal fällt es jedem leicht, sich für heimische Produkte und Anbieter zu entscheiden und somit die Wirtschaftskraft in der eigenen Region zu stärken. Auch Ihre Kunden werden mit gutem Gewissen sagen können, hier finde ich's gut. Möchten auch Sie gut in MyLocal gefunden werden? Sprechen Sie am besten heute noch mit Ihrem Mediaberater, wie Sie Reichweite und Sichtbarkeit Ihrer Anzeige verbessern und neue Kunden gewinnen. MyLocal. Hier finde ich's gut. Vielen Dank.